Leute, ich hab'n schönen Fisch im Drill. Weiß nicht, was es ist, aber ich film jetzt einfach mal mit. Meine Fiederrute biegt sich. Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich nicht nach Zander an. Ich denke, ein Aal ist es auch nicht. Was hab ich denn da gefangen? Nee, das glaub ich jetzt gar nicht. Wunder! Wo gibt's denn sowas?